Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play alleine von mir und zwar wie es vielleicht schon erkennen könnte es ist es dreht sich um das Modpack Hexit und ich mach mal was das können wir eigentlich mal Let's Play und ich muss mal was einstellen bisschen bisschen verplant ich glaub das gibt so oder so ok nein das geht nicht ich würde gerne springen nein ich würde gerne sprinten ah shit ja egal aber zu das ist immer nur so Hexit ich kenne mich ja schon ja ein bisschen mit den Modpack aus wie war die Stürmer verstehen wir mal von mir ein bisschen kenne ich mich mit dem Modpack aus aber auch nicht viel ich weiß wer das noch kennt diese Hero Zeit ich nehme das hier leider vielleicht kommt drauf ich versuche dieses Projekte zu beenden dass wir halt schon voll Equip ziehen und das alles bis es mir halt keinen Spaß mehr macht und bis wir den Ende trachten wie sie sich dann logisch weiße das ganze läuft sie auch mit 60 FPS so jetzt kann ich nicht auf welches Treffen aber jetzt läuft das ganze mit 60 FPS das heißt sie können also 60 FPS das können wir machen und kann jetzt auf YouTube ja 60 FPS hochladen denn es ist nicht so richtig denn es ist ein bisschen so ich habe keine Ahnung wieso ich habe das beim Ränern nur nie so beachtet ich habe die Einfluss ich habe die Einfluss Geräusche weil ein bisschen lauter also für mich ja nicht weil ich mein Hetzel leiser geregelt habe also leiser eingestellt habe so das Ziel ist natürlich für euch ein Turm zu finden ein Turm ein Turm ein Turm Alarm ich weiß nicht wie man die irgendwie irgendwie so shit nein shit irgendwie ging das doch ok so komme ich gleich ah so ah ja genau so mit end ok ähm ja ja die Mantis jetzt nicht so besonders aber schon wenn man vielleicht in den ein oder anderen Tumschuhen gehen können so ein bisschen professorisch von einem einmal die Schwierigkeit gestellt ja ich sprinte dies für nicht weil es zu oh und soll man das mal angreifen ich weiß nicht nicht ich hab das mit zweimal gesuchte durch keine Ahnung und ich glaube ich die sind neue da Jolo 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 icar 快 Jolo 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 c Jolo 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 Jol Jolo So roaming Kinder Jomen L erinnert dass Pinguine nicht stark waren ein kleiner Leck so das ist ja kein Wälder ein paar Alters ist ich werde auch noch der Furcht und Schädel dazu holen ich glaube ab die Zügel zu tun wird ganz cool stehen es wird aber alles in der nächsten Folge kommen der Wettbewerb noch ob die Ferne sie ihn zu tun die Schadler die Kürze ist auch kippen Prozent Prozent schiebt ich bin die Erwartung die Auffang Stieb doch musste keiner muss was man damit machen kann das sind wir haben ein großes Schüttemberg Nuss Nuss um über zu schütt das ist inzwischen stark geschützt in den Kanzlerin also ein Stärkere das Volk schläft okay okay jetzt ich finde eben wie ganz logisch ich finde es das hätte ich nur gleich ein Stück Christus es ist so stark werden als ein Schwerz es ist ja abruf die Stieb auch wenn wir reden würden damit ich sagen dass es leistet ist die Folge zu wissen ja alle möglichen wir werden die anderen über Kuhlund sich schon und vielleicht gleich andere die erste die Hälfte ich auch mit zum spüren hätte ich das einfach mal nicht gemacht hätte ich diesen Pizze in Ruhe lassen hätte mir gedacht jo ok komm der ist ein starker Kerl ich respektiere ihn mal aber nein ich muss natürlich gleich auf Angriff gehen hier wird schon zweifel natürlich muss ich gleich wieder vorhanden und ich stelle gleich wieder die erste Folge genauso wie nun der Lp Staffel 3 aber ok die Gegner auch eine Stunde lang was irgendwie zu vorausziehen dass sie ich stelle es sich für mich bin der von den Stur so der ersten Lp Staffel 3 Folge das Mammut ohneheit es ist ein aggressiver Mammut diese Pizze locken wir jetzt einfach mal mit greifen dann auch ein das ist eine gute das ist schon jetzt habe ich schon mit wenn diese Polarer dieser wenn diese PZ immer noch angeht bis zur Funde so machen wir werden können wieder von dort beginnen wir hatten schon zufrieden die Erkrankten es ist egal eine Hexel-Kenn-Lizenz Juno ist Kumpel ich will dir nichts tun okay ich liebe Kumpel Kumpel die schon was tun Kumpel Kumpel erzielt mir noch das Mammut und ihm nur sich da noch gesehen dann werde ich mir richtig gekürzt machen 4 Hexenkehl setzen für ein Hexenkehl Diamond und dann kannst du die einzelne OP-Rüstungsteile machen ich glaube so ich glaube das ist das aggressive Mammel also das wir schon an oder? oder das dahinten? doch das dahinten man dann bist du da voller Außenseiter so 4 mach ich ihm Damage nicht gerade das gäbe von Mai ho oh mein Gott also mit die sich anzulegen ohne Rüstung nur mit einem Wundscheinswort also ist jetzt scheiße wie dumm bin ich jetzt mache ich schon wieder den selben Felder nein ich muss aufhören ich muss einfach aufhören ich muss aufhören das ist Hexen weil mein Ziel war es kein einziges Mal zu sterben ich mach nur so ein Fail Count und wahrscheinlich im Schluss er ist wie oft passiert gestorben bin aber ich glaube damit oh und ein Faulen ich glaube damit oh und ein Faulen so so jetzt wird das eh nach jetzt spawnen noch so mit auch noch und das ganze dann bin ich sogar so mega geahrescht Prozent aber den Töten wir jetzt einfach noch einfach weiß wir können weil sie gut sind wäre wie einfach der Plünderer sind der Plünderer Meister oh der wurde aber schon angegriffen weil ich hab die nur 6 ähm Herzen Damage gemacht und ich hab schon getötet so gut 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 ich bin der Katschel des Vorne noch dann was ist auch schon wie sie es erste Folge ich ich nicht schlecht ok machen wir uns eher es macht so Bock Hexen Hexen dies das kann man immer wieder spielen es ist obwohl du brauchst nicht ein Tansch nach unten gehen und du hast Ohr das ist so interessant das sind sind dann schon der Nein Scheiß Z Z da muss man hier nur das Holz liegen oh Gott sei Dank das ist auch nicht es war ja auch nicht so also hätte ich den verloren wäre schlimmer Hexen tut damit so es ist so Arsch finster zu aufsetzen zu den alten Schüssel brauche ich nicht mehr ich glaube ich bin diese Folge jetzt zwei oder dreimal gestorben ich schon drauf ich will die das ist die erste Folge ist und die jetzt knapp so nie 14 13 Minuten gehen wird ich schon krass ist die also ich ich schon ganz krass ja dann hoffentlich hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Tschüss Tschüss